Ein anderer wichtiger Punkt in so einer Kickstarter-Kampagne ist ja neben dem Vertrauen auch ein gutes Produkt. Ein weiterer Punkt bei einer guten Kickstarter-Kampagne ist aus unserer Sicht das Vertrauen. Und wie kann man Vertrauen erreichen? Wir hoffen, dass wir das Vertrauen der Kunden dadurch bestärken können, dass wir ja schon Wingmans in verschiedenen Versionen auf dem Markt haben und eine App. Das heißt, der Kunde kann sich jederzeit diese App runterladen, ausprobieren und sehen, was er heute schon bekommt und könnte sich sogar schon ein Wingman kaufen jetzt und ihn später upgraden kostenlos. Denn wir bieten ja auch das Upgradern. Natürlich gibt es in der Kampagne ein spezielles Paket, das so attraktiv sein wird die ersten 15 Tage, sodass der Kunde eigentlich gar nicht anders kann, als erst mal dieses Paket zukaufen. Das heißt, Vertrauen ist für uns ein Keypunkt. Danke fürs Zuhören, unterstützt uns, teilt und swipet die Beiträge. Danke.